Eine neue Ausgabe Svensleute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Christoph Klotthein. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben einen spannenden Beruf. Sie sind Ernährungspsychologe, unterrichten an der Hochschule in Fulda, sind Autor zahlreicher Bücher, darunter so spannende Titel wie Warum wir es schaffen, nicht gesund zu bleiben. Das macht ihr gleich neugierig. Können Sie das abschließend so zusammenfassen, warum wir das tatsächlich nicht schaffen? Das mache ich gerne. Wenn es Umfragen gibt, ist 80 Prozent, zu 80 Prozent ist sozusagen die Gesundheit das Wichtigste im Leben. Faktisch im realen Leben ist die Gesundheit auf Platz 10. Da kommt zuerst mein Beruf, dann kommt mein kaputtes Auto, dann machen die Kinderschwierigkeiten und so weiter. Dann ist die Gesundheit zurückgestellt. Das Wichtigste im Leben ist die psychosoziale Identität. Ist ja interessant, dass es bei den Umfragen so einen Unterschied gibt. Also ist das in unserem Bewusstsein gar nicht so verankert. Wir sagen immer, Gesundheit steht ganz vorne und dann kommt sie doch ganz hinten. Genau. Zwischen dem, was wir denken und wollen und dem, was wir tun, gibt es immer eine Riesenlücke. Das nennt sich die sogenannte Intentionshandlungslücke. Ich habe vor, heute auf keinen Fall Kaffee zu trinken. Was mache ich nach dem Interview? Ich gehe raus und genehmige mir fünf Cappuccino. Und ich wollte natürlich keine Schokolade essen, aber dieses Interview war so anstrengend. Deshalb habe ich es verdient, dass ich endlich mal Schokolade esse. Aber das liegt vielleicht schon daran, dass Sie an die Schokolade denken. Das ist doch vielleicht diese alte Geschichte. Denken Sie nicht an einen rosa Elefanten und schon ist er da. Und wenn Sie an die Schokolade denken, die wollen Sie nicht essen, dann haben Sie sie im Kopf hier schon programmiert und wollen sie unbedingt, oder? Exakt. Das Verbot schafft das Begehren. In meinen Vorlesungen mache ich das immer so mit einem Beispiel. Ich sage den Studierenden 100 oder 200. Es ist verboten, an die Decke zu schauen. Und alle gucken hoch. Ich muss mich nur einmal umdrehen zur Tafel, um was aufzuschreiben. Schon hängen 100 Augenpaare an der Decke. Und die genießen zum ersten Mal, was bisher was Langweiliges war, wird zum ersten Mal was Interessantes. Die Schokolade, die ich mir verbiete, erhöht meine Lust auf die Schokolade hundertprozentig. Heißt also, wir müssen lernen, uns in Sachen Gesundheit bei der Ernährung selbst auszutricksen, oder nicht? Wir müssen lernen, ein bisschen bewusst gegenzusteuern. Das Essverhalten ist zu 80 Prozent, das sagen die Neurowissenschaften, die das Gehirn scannen, ist zu 80 Prozent unbewusst und emotional. Da müssen wir erstmal bescheiden werden. Wir müssen wissen, sozusagen, unsere Handlungsspielmöglichkeiten sind nicht so toll. Einfach sozusagen uns mehr verzeihen. Und zu jedem Essen gehört die Sünde dazu. Das ist ja interessant, dass Sie sagen, zu jedem Essen gehört die Sünde dazu, weil es doch gerade auch, ich finde, in der medialen Berichterstattung so ein Bewusstsein für die gesunde Ernährung gibt. Und die Sünde hat da doch eigentlich nichts mehr zu suchen. Aber es ist ganz klar, das bewirkt nichts. Das Bundesministerium von Julia Klöckner und alle anderen haben sozusagen geschrieben und festgestellt, die bisherige Ernährungskommunikation ist gescheitert. Wenn ich zu ihnen sage, sie dürfen jetzt keinen Ingwer-Tee trinken, dann werden sie genau das Gegenteil tun. Diese Form von sozusagen etwas anmelden, du darfst nicht. Begleich auch Corona. Bei Corona sind ganz viele Gruppen vernachlässigt worden, die einfach sagen, mich kümmert das gar nicht. Ist es tatsächlich eine Einsicht, dass man sagt, ja, unsere Kommunikation ist gescheitert, wir gehen jetzt anders vor? Stellen Sie das fest? Sind Sie da in Kontakt? Selbstverständlich. Ich muss erst mal die Menschen verstehen, die sich vermeintlich nicht gesundheitsgerecht ernähren. Ich darf nicht sagen, ihr müsst es, sondern ich muss erst mal schauen, welchen Alltag haben die, welche Probleme haben die. Ich habe Adipositas-Intervention durchgeführt und dann gab es sechs Jahre danach sozusagen Nachgespräche. Und da sagen die Teilnehmerinnen, wir wissen jetzt alles, aber unsere Lebensprobleme sind so riesig, das geht nicht anders. Und das muss ich verstehen und nicht verurteilen. Erschreckende Zahlen, Kinder, die in nicht intakten Familien aufwachsen, haben ein siebenfach erhöhtes Risiko, eine Adipositas zu bekommen. Stellt sich ja die Frage auf der anderen Seite, wann ernähren sich Kinder denn gesund? Da gibt es wunderbare Längsschnittstunden über Jahrzehnte, die besagen, tolle Ergebnisse, wenn Kinder möglichst früh mit drei Jahren einbezogen werden, Einkauf, Zubereitung, was willst du essen, was schmeckt dir, was schmeckt dir nicht, haben sie 20 Jahre später, 20 Jahre später ein besseres, gesundes Essverhalten. Abwechslungsreicher interessieren sich mehr dafür. In der frühen Kindheit wird eigentlich alles festgelegt. Schon mit drei Jahren ist ja interessant. Das ist aber auch rauszuhören, dass die Bildung natürlich eine große Rolle spielt. Das ist für manche Familien, die einfach wirklich hart dafür arbeiten, dass abends das Butterbrot auf dem Tisch steht, umso schwieriger. Was wäre also ein wichtiger Schritt, um dieses Problem beheben zu können? Naja, das ist jetzt fast ein politisches Thema. Dass sozusagen Mindestlohn, würde ich auch wirklich vorschlagen, den anzuheben, dass sozial benachteiligte Familien einfach mehr zeitliche Ressourcen haben. Wir sind so geneigt, über die zu schimpfen. Ich war vor kurzem beim Ministerium, wo alle sagen, die Diabetes, die Zuckerratzahlen steigen. Wie furchtbar, das ist bei den sozialen schlechtergestellten, das muss sich ändern. Aber sie haben keine Ahnung, wie. Sie wissen nicht, wie Veränderung stattfindet. Und entscheidend wäre, genau sozusagen ökonomische Bedingungen zu schaffen, dass diese Eltern mit ihren Kindern überhaupt reden können. Die sind so unter Druck, müssen sie vielleicht haben zwei oder drei Jobs und dann müssen sie noch zusammen Essen zubereiten. Nein, da gibt es Fertiggericht, weil einfach zu nichts anderem die Zeit ist. Wir müssen die Menschen verstehen und nicht einfach nur herabsetzen. Ist dieses Verständnis, wenn Sie mit der Politik gesprochen haben, ist das Verständnis seitens der Politik denn vorhanden? Wenn ich offen und ehrlich sein darf, das Verständnis ist null vorhanden. Was kriegen Sie da zurück? Ich bekomme mit, dass ich nicht mehr gehört werde, wenn ich sage, wir brauchen Veränderungsstrategien. Wir müssen die Menschen erstmal verstehen, sagen, es gibt keine Reaktion, sondern einfach nur, diese Menschen müssen besser informiert werden, dann machen sie auch das Richtige. Was natürlich Fatsch ist. Ja, wobei verständlich ist ja, dass Information wichtig ist. Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und dieses Besserverstehen, was Sie fordern, wie kann das funktionieren? Was gäbe es da für Möglichkeiten? Wir müssen die sozialen Lebenslagen anschauen, deren Alltag anschauen und über das Verstehen sozusagen Kommunikationsstrategien entwickeln. Ich war mal Institutsleiter für Gesundheitsförderung. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fiel es viel schwerer, einfach zu schreiben, als kompliziert zu schreiben. Über Diabetes lassen das zu schreiben kein Thema, aber verständlich zu schreiben war ganz schwierig. Das ist ja häufig der Fall, auch in der Berichterstattung allgemein. Das Hochgestochene lässt sich dann leicht schreiben. Bei den Philosophen und Co. kommt das häufig vor. Mit denen beschäftigen Sie sich ja auch intensiv. Also wie kommen wir zu einer leichten, verständlichen Sprache und zur Information, dass gesunde Ernährung so wichtig ist? Wir müssen mit diesen Menschen sprechen und sie nicht einfach nur auf die schlechte Seite stellen, sondern einfach deren Alltag verstehen. Und nicht verurteilen, nicht sagen, sie sind adipös, Diabetes etc., sondern einfach deren Essalltag kennenzulernen. Und das ist für uns schwierig. Wir wollen das immer vermeiden. Ja, wie machen Sie das? Gehen Sie auf der Straße und sprechen mit den Leuten? Das wäre eine Möglichkeit, die wird aber natürlich nicht genutzt. Ich habe Community Approach gemacht, gemeindorientierte Ansätze in Fulda, Stadtteil. Und das hat wunderbar geklappt, sozusagen von Straße zu Straße, von Verein zu Verein, von Ärzten zu Ärztin. Und alle aktivieren, die Schule mit aktivieren. Und da gibt es über Jahrzehnte, wo wir schon längst draußen sind von der Hochschule, ist immer noch eine aktive Gemeinde. Wie hat das funktioniert, ganz konkret? Können Sie uns mal so einen Arbeitstag von Ihnen da schildern? Da gab es mal ein Schulfest. Da sind dann die ganzen Vereine mitgekommen mit Trampolins etc. Und auf einmal war das sozusagen regelmäßig und verbindlich. Alle haben sich zu beteiligen. Die Schulleiterin war großartig, weil sie allen Eltern gesagt hat, ihr müsst kommen zu den Elternabenden. Da gibt es keine Ausnahmen, also auch ganz Verbindlichkeit. Und über drei Jahrzehnte ist aus diesem Stadtteil, was mal eine Zeit lang der gefährlichste in ganz Fulda war, also mit Gewalt etc., ist der friedlichste geworden. Durch die Aktivierung der Gemeinde. Haben Sie sich mal gefragt, wie Ihre Sozialisation Ihr Essverhalten beeinflusst hat? Interessante Fragestellung, der sich Professor Christoph Klotter widmet. Und jetzt fängt man ja meistens bei sich selber an. Also ich stamme aus dem Sauerland, war vergangene Woche dort noch zu Besuch. Klassischerweise der erste Weg dorthin, da gibt es viele Frittenbuden, wie im Ruhrgebiet, ist Currywurst Pommes. Und jetzt las ich allerdings vergangene Woche auch, die Currywurst steht für den alten weißen Mann. Ja, alt fühle ich mich manchmal, weiß passt auch. Beim Mann müsste ich irgendwie nachher... Wird es ein bisschen schwierig, ne? Ja, wird es ein bisschen schwierig. Aber heißt das, ich kann mich jetzt gleich mit denen in die Ecke stellen. Wir leben in einer Zeit einer stillen Revolution, wo das Fleisch relativiert wird. Also Fleisch steht historisch für Macht, Wohlstand, Überleben und männliches Geschlecht. Und diese Werte relativieren sich im Augenblick. Es gibt sozusagen mittlerweile ein moralisches Essen. Ich esse sozusagen, was ich richtig finde, Tierwohl etc. Da gibt es auch die Idee der Nachhaltigkeit, die mit reinkommt. Dementsprechend sagen 2020 55% der Deutschen, wir sind Flexitarier. Also eine radikale Transformation. Und die Gefahr besteht dabei, dass die Fleischesser in die Ecke gestellt werden. Dass die Vegetarierinnen, sie sind jetzt so 80% jungweiblich gebildet, herablassend auf die Fleischesser herunterschauen und sagen, ihr macht was völlig Falsches. Also das Tierwohl liegt mir selbstverständlich auch am Herzen. Und es ist ja nicht so, dass ich die Currywurst jeden Tag esse, sondern eben ab und zu mal. Was ist daran falsch? Ich finde es ganz wunderbar, wenn Sie das so machen. Weil wie gesagt, zum Essen gehört die Sünde dazu. Zum Essen gehört auch sozusagen mal Abwechslung. Und was einem richtig Spaß macht dazu. Was ich empfehlen würde, die tägliche Currywurst muss nicht sein. Aber mal mit Kumpels und Kumpelinnen irgendwo zu stehen vor so einem Imbiss eine Currywurst essen. Die Sonne scheint, ist doch wunderbar. Aber dagegen ist überhaupt nicht zu sagen, diese Moralisierung, diese Ideologisierung des Essens, ihr dürft auf keinen Fall mehr Fleisch essen, ist verhängnisvoll, weil wir damit unsere Gesellschaft polarisieren. Wobei sich ja sogar auch das Verhältnis zum Fleisch in unserer Gesellschaft verändert hat. 2013 war es so, dass das pro Kopf und Jahr waren es 88 Kilo. Und aktuell liegen wir wohl bei 57 Kilo. Kann man auch immer noch sagen, ja, eine Menge. Aber dennoch ist ja ein Trend absolut erkennbar. Absolut, das wird weiter noch sinken. Die Fleischersatzprodukte sind am Kommen. Also Rügenwalde Mühle macht da irrsinnige Umsätze. Aber eben nicht aus... Nicht, dass Sie hier jetzt Werbung machen. Entschuldigung, tut mir leid. Also ich streiche sofort den Namen wieder. Das war so eine ganz andere Mühle. Und ich wollte damit nur sagen, die haben das aus Überzeugung eingeführt. Überzeugung. Und das läuft unglaublich gut. Das läuft nicht immer gut. Aber es läuft noch gut als Kompromissbildung zwischen dem alten Fleisch als Symbol und dem Fleischersatz. Wobei Sie gerade ein ganz wichtiges Stichwort genannt haben, nämlich Überzeugung. Jetzt gab es ja vergangene Woche diese große PR-Kampagne eines der größten Autoherstellers der Welt. Der sagte, in einer unserer Kantinen ab sofort nur noch fleischloses Essen. Ist das Überzeugung oder ist das ein Zeitgeist? Das war von diesem Automobilunternehmen, vermute ich mal, Zeitgeist. Wir wollen sozusagen uns anpassen. Wir haben vielleicht die automobile Zukunft da schlafen. Das aber kompensieren wir es jetzt sozusagen mit einem neuen Esskulturprogramm. Wo wir dürfen nicht vergessen, dass die Kantine nebenan noch Fleisch anbietet bei diesem Automobilkonzert. Ist nicht der Gedanke bei einer Kantine erstmal der Gedanke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was die gerne essen? Also wenn ich unsere Kantine nehme, der Andrang bei Currywurst ist tatsächlich sehr groß. Genau. Ich muss ja für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da sein. Und ich darf nicht einfach was von oben diktieren. Das finde ich ganz wichtig. Aber ich finde es auch wichtig, dass sozusagen der Zeitgeist mit aufgegriffen wird. Wir leben in einer tendenziell fleischlosen Zeit, was ja die Nachhaltigkeit weltweit unglaublich verbessern würde. Insofern finde ich das auch verständlich. Jetzt haben wir eben über die Currywurst gesprochen und haben so ein bisschen versucht zu ergründen, warum die Lust auf fettige und süße Dinge einfach in uns ist. Sie können bestimmt erklären, warum das so ist. In der ganzen Menschheitsgeschichte ist sozusagen der Hunger das dominierende Thema. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, außer am 24.12.8 Uhr morgens im Geschäft, was es heißt, Angst vor Hunger zu haben. Das bestimmt die ganze Menschheitsgeschichte. Es wurden Eltern, die nicht mehr arbeiten konnten, wurden umgebracht von den Kindern, um eher Fleisch zu essen. Das ist sozusagen die historische Realität. Erst seit 200 Jahren ist es anders. Der Medizinhistoriker McCown hat es geschrieben, 1982, die Bedeutung der Medizin. Das Wichtigste, um die Lebenserwartung zu erhöhen, ist ausreichende Ernährung, nicht gesunde und eine gute Hygiene. Wenn wir jetzt mal auf unsere Vorfahren schauen, also wenn jetzt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mit der gesunden Mischkost kommt, wie hätten unsere Vorfahren darauf reagiert? Unsere Vorfahren wären mit der gesunden Mischkost ausgestorben. Wir haben glücklicherweise eine genetische Programmierung. Esst so viel du kannst, falls verfügbar, möglichst fett und süß, sonst überlebst du nicht. Wir mussten unseren Bauch anessen, damit in Hungerzeiten sozusagen die Gewichtsreduktion stattfinden musste. Das ist ja ganz interessant, weil das bedeutet doch auch etwas, was vielleicht früher als gesund galt, ist es heute nicht mehr und umgekehrt. Absolut. Also früher war sozusagen das Fleisch, der Zucker eine Rarität. Fleisch gab es mal vielleicht zu Weihnachten und Zucker war sozusagen der Luxus der Reichen. Und heute ist es erst seit, mit 1800 konnte der deutsche Arbeiter in sein Kaffee oder Tee einen Würfel Zucker reinmachen. Erst seit 200 Jahren. Wenn Sie als Ernährungspsychologe da drauf schauen, was wir heutzutage als gesund und als ungesund einteilen, macht diese Einteilung dann Sinn? Ist das sinnvoll? Macht leider keinen Sinn mehr, weil die neuere Forschung gibt, dass die Menschen vollkommen unterschiedlich verstoffwechseln. Es gibt Menschen, die essen Tomaten und haben einen Insulinanstieg. Die essen keine Schokolade, sondern Tomaten. Die Menschen verstoffwechseln, total unterschiedlich. Wir können nur für uns herausfinden, was ist für mich gut. Wobei, so simpel kann es doch auch nicht sein. Einfach das Essen, worauf ich Lust habe. Nee, das ist ein Experiment herauszufinden, nicht nur Lust, sondern was tut mir gut, was steigert meine Konzentrationsfähigkeit. Wann werde ich nicht um elf Uhr morgens am Arbeitsplatz müde? Sozusagen, wie kann ich frühstücken, dass ich bis mittags durchhalte? Was haben Sie denn gefrühstückt heute Morgen im Hotel? Was gab es bei Ihnen? Da habe ich wie üblich ein Kürbiskernbrötchen gegessen. Warum ist der Kürbis so gut? Warum bei Ihnen speziell? Er schmeckt mir einfach. Ich bin da magisch angezogen. Ich kann es Ihnen nicht erklären, aber Kürbiskerne sind für mich das Größte. Müsse sind das Größte. Man sollte gar nicht so tief wissenschaftlich werden, sondern tatsächlich eher gucken, was macht mir Spaß und wo merke ich, dass es meinem Körper ganz gut tut. Exakt. Was ist gut für das Interview, was ich nachher mache? Wie bin ich entspannt und konzentriert dabei? Wie kommt es, dass ich nicht einschlafe während des Interviews, sondern einfach das mitgestalten kann? Heißt, Sie haben viel experimentiert? Ich habe viel ausprobiert und ich bilde mir ein, dass ich für mich die richtige Ernährung gefunden habe, für uns die richtige Ernährung. Was ging mir so richtig schief? Wo haben Sie gedacht, oh ne, das taugt gar nicht, da schlafe ich während des Interviews ein? Wenn ich Schokolade esse, wird mir schlecht. Wenn ich Kuchen esse, wird mir schlecht. Das heißt, Süßigkeiten sind für mich Gift. War das schon immer so? Seitdem ich denken kann, das Kind Sonntagnachmittag Kuchen essen, ich nehme einen Happen und dann ist es gut, weil mehr vertrage ich nicht. Sie prägen den Begriff lustvolle Ernährungskompetenz. Also jetzt würden sicherlich manche behaupten, was lustvoll ist, das kann nicht gesund sein. Wie schauen Sie drauf als Ernährungspsychologe? Also wir haben keinen Fokus, also kognitiv ja, auf gesunde Ernährung. Faktisch ernähren wir uns vollkommen anders. Und mit Selbstermahnung und Selbstverboten und Selbstkasteilung kommen wir überhaupt nicht weiter. Was extrem wichtig ist, dass wir nicht die Gesundheit in den Fokus rücken, weil die Neurowissenschaften sagen, wenn der Begriff Gesundheit fällt, dann rattert unser Gehirn durch. Das heißt, wir nehmen überhaupt nichts mehr auf. Dementsprechend verwende ich nie den Begriff Gesund. Anstelle dessen, ich möchte die Menschen begleiten, eine lustvolle Ernährungskompetenz zu gewinnen. Und dann schwimmt die Gesundheit mit, aber dahinter und nicht davor. Also wir tricksen uns dann doch wieder aus. Aber wir erwerben uns Kompetenzen. Ich nehme mir Zeit, einkaufen zu gehen. Wo gehe ich gerne einkaufen? Ich möchte zusammen einkaufen. Ich brauche dazu Zeit. Und ich brauche Zeit zum Essen. Ich brauche Zeitmanagement. Und ich koche was anderes. Und da gewinne ich sozusagen eine Kompetenz, die mir Spaß macht, wo das Essen besser schmeckt. Ich fand es ganz spannend, was Sie zu Beginn der Sendung gesagt haben, dass man im Grunde schon bei Dreijährigen beginnen kann, auch diese Kompetenzen zu entwickeln. Und die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Stefanie Wirtz zum Beispiel hat geschrieben und sie schreibt, ich fand es ganz beruhigend zu hören, dass man ausprobieren soll, was geht und was nicht geht. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt ein Jahr alt. Unsere kleine Maus isst von Anfang an vom Tisch mit. Alles, was sie möchte. Alles, was ihr schmeckt. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es bei unserem sechsjährigen Sohn ebenfalls so machen. Unsere Tochter ist sehr neugierig auf Essen. Sie möchte es selber in die Hand nehmen. Und als Eltern macht sie sehr viel Freude, einfach auch zu beobachten, zu sehen, was ihr schmeckt. Wie beurteilen Sie das? Ich kann dem uneingeschränkt zustimmen und bei einem Sechsjährigen sicher noch was zu machen. Das ist sozusagen nicht verloren. Aber genau das entspannt, gemeinsam, das nennt sich partizipativ, gemeinsam entscheiden. Und Kinder gehen gerne mit einkaufen, zumindest ist meine Erfahrung. Und sie bereiten auch gerne zu. Und sie fühlen sich ganz stolz darüber, wenn zum Beispiel der Sechsjährige bei uns Rühreier machen kann. Echt? Er macht Rührei. Respekt, ja. Wie ist es, ist alleine schon diese Mahlzeit gemeinsam, das ist über die vergangenen Jahre, beklagt man, auch zurückgegangen in Familien. Welche Rolle spielt das? Also für mich ist eine Familie keine Familie, die nicht zusammen ist. Für mich ist das was Heiliges. Weil dann die Familie zusammenfindet oder der Freundeskreis. In der ganzen Menschheitsgeschichte ist das Essen der Anlass, etwas gemeinsam zu gestalten. Dann fühle ich mich als Familie, dann fühle ich mich als Freundeskreis und so weiter. Das heißt, darum würde ich wirklich kämpfen, gemeinsame Mahlzeiten. Sie sind sozusagen alltagspraktisch nicht immer möglich, aber dann gibt es ja das Wochenende. Also einfach, das Essen ist das gemeinsame Heilige. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, da höre ich raus, Rituale beim Essen sind ganz gut und auch wertvoll, um das Essen wirklich lustvoll zu genießen. Elementar, dann ist es mal, wer an welchem Stuhl sitzt am Tisch. Das muss sozusagen eine gewisse Ordnung haben, die kann sich ändern, aber ganz klare Rituale. Beteiligen, gemeinsam kochen, all das sind sozusagen feste Dinge. Und es gibt eben, der Tag wird sozusagen beendet mit dem gemeinsamen Essen. Dann ist klar, dann gehen die Kinder ins Bett, aber das sind ganz verbindliche Rituale, die den Alltag strukturieren. Ernährungspsychologe Professor Christoph Klotter, heute Vormittag in SWR ins Leute. Sie sagen, Sie sind kein Fan von Diäten. Warum sollte uns das nicht überraschen? Das sollte nicht überraschen, weil Diäten so gut wie nie erfolgreich sind. Hunderten Menschen bemühen sich, machen Diät, Ernährungsumstellung und so weiter. Schätzen Sie mal, wie viele sozusagen langfristig Erfolg haben. Fünf von hundert maximal. Und die meisten verwickeln sich, Diät kann ich eh nicht, gelingt mir nicht und dann esse ich eh noch mehr. Das heißt, das Diäten führt dazu, dass die Leute sozusagen mehr essen und nicht weniger essen. Jetzt habe ich den Verdacht, es könnte ähnlich wie bei dem Wort gesund schon am Wort alleine liegen. Also in diesem Wort steckt ja schon das Verbot wahrscheinlich drin und das löst im Kopf bestimmt schon was aus, oder? Also bei mir dreht sich der Kopf um, wenn ich das nur höre. Ich finde Diäten was ganz Schlimmes und wenig Erfolgversprechendes. Das bestätigen auch die Neurowissenschaftler, die sagen, die sechs Wochen Diät, die angeboten wird, in sechs Wochen das und das und das, Bikinifigur und Waschbrettbauch, das sind alles quasi Lügen, weil Verhaltensänderung braucht zwei bis drei Jahre in verlässlicher Begleitung. Jojo-Effekt ist auch hinlänglich bekannt. Dennoch, es scheint ja bei ein paar Prozent zu funktionieren. Was machen die anders? Die nehmen sich Zeit, die sind sozusagen verständnisvoll mit sich, die verdammen sich nicht. Also die pendeln nicht zwischen, ich muss das und das essen, das schaffe ich nicht, sondern die gehen einen ruhigen, langsamen Weg. Wir sollten nicht die sechs Wochen Diät vor Augen haben, sondern die sechs Jahres Diät, wenn wir überhaupt sowas machen wollen, langfristig denken und die Rückschläge dabei akzeptieren. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, es steht ja nicht ganz vor der Tür, dann ist klar, Dezember nehme ich ein bisschen zu und das kann ich dann tolerieren und akzeptieren. Wobei ja die Blätter voll sind mit solchen Tipps, Diät-Tipps hier und Diät-Tipps da. Ist es also eine große Marketingmaschinerie oder wie schauen Sie als Ernährungspsychologe da drauf? Die Auflagen hängen von den Diät-Tipps ab. Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber große Frauenzeitschriften. Wenn die darauf verzichten, eine Diät anzubieten, dann sinkt die Auflage dramatisch. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Und eine kritische Diskussion wird von der Chefredakteurin unterbunden, indem sie die Super-Diät auf Zettelblatt setzt. Wobei doch wahrscheinlich viele der Kundinnen sind es ja in dem Fall meistens, schon vieles ausprobiert haben und die Frustration eigentlich so hoch sein könnte, dass die auch der Meinung sind, ach komm, Diäten, lassen wir es einfach. Wir gucken mal, ob wir andere Wege finden. Wir wollen einfach weiter träumen. Wir geben sozusagen, wir halten uns an der Hoffnung fest, obwohl wir wissen, dass die Hoffnung nichts bringt. Ist aber menschlich blöd gedacht, oder? Aber menschlich auch verständlich. Dass wir nach den Sternen greifen wollen, aber es hat nicht schaffen. Aber es ist natürlich blöd, weil die Frustration so immens ist. Und dann klage ich mich an, du Versager, du hast wieder mal nicht geschafft. Und wenn ich mich angeklagt habe, dann gehe ich zum nächsten Imbissstand und kaufe mir dort eine Körerwurst, weil ich ein Versager bin. Erster Schritt wäre, also ich gehe hin, weil mir die Körerwurst schmeckt, aber das hatten wir schon. Erster Schritt wäre, also erstmal versöhnlicher mit sich selbst umzugehen, höre ich aus. Exakt. Sich zu verzeihen und verstehen, warum ich das und das mache. Und sich nicht an die Wand zu stellen, weil das überhaupt nichts bringt. Ich habe mal zu einer Patientin gesagt, die bulimisch ist, also Essanfälle hat, habe ich zu ihr gesagt, seien Sie froh, dass Sie nicht drogenabhängig geworden sind. Und mit diesem Satz von mir haben sich die Essanfälle deutlich reduziert. Ja, auch das hat für mich wieder etwas von Austricksen. Also, dass man wirklich sagt, man muss sich selber austricksen, noch ein größeres Drama sich vorstellen und dann ist das andere vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Und sich mehr verzeihen und sich mehr verstehen, warum habe ich meine bulimischen Essanfälle. Das ist ja jetzt sozusagen nichts Schlimmes, sondern für mich die bestmögliche Lösung für den Augenblick. Symptome sind immer die bestmöglichen Lösungen für den Augenblick. Und ich bin kreativ genug, bulimisch zu sein und nicht drogen zu nehmen. Wenn der Ernährungspsychologe schon mal da ist, dann nutzen die SWR1-Hörerinnen und Hörer, ihn auch aus, um Fragen zu stellen. Richtig so, Professor Christoph Klotter. Hier kommt zum Beispiel eine Frage aus Stocker am Bodensee von Susi. Sie möchte wissen, kann man ausschließlich durch entsprechende Ernährung gesund leben oder braucht es zwingend dazu die Komponente Sport? Also zwingend schon gar nicht. Ich würde einfach vorschlagen, dass jeder Mensch eine Bastelstube mit sich machen sollte. Was tut mir gut? Ich zum Beispiel, wenn ich mich nicht eine Stunde am Tag bewege, also wenn ich nicht rausgehe, fühle ich mich abends nervös. Ich brauche die Stunde Bewegung, sonst bin ich abends einfach ein bisschen aufgepusht. Und dementsprechend muss jeder Mensch für sich herausfinden, welche Form von Sport brauche ich? Brauche ich überhaupt Sport? Reicht der Spaziergang? Reicht der Gang zu meinem Arbeitsplatz oder das Fahrradfahren? Es gibt ja durchaus Empfehlungen, da würden Ihnen vielleicht auch manche widersprechen. Also diese Empfehlung, ja siebeneinhalbtausend Schritte am Tag sind nicht verkehrt und dann kann man ja so einen Schrittezähler nehmen, ein paar Kardiopunkte dann dazu. Setzt das die Leute unter Druck oder ist das vielleicht etwas, was spielerisch geleistet werden kann? Also ich denke, das sollte spielerisch sein, ein Herausfindungsprozess. Das sind gruppenstatistische Werte, das heißt es sind Werte, die für Bevölkerungsgruppen erhoben worden sind und da zutreffen, aber jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen Menschen. Das heißt ich kann von gruppenstatistischen Werten befunden, kann ich nicht sozusagen übergehen und sagen, das muss ich auch machen, sondern ich muss für mich schauen, was tut mir gut, wie kann ich abends ruhig vor dem irgendwie Fernseher sitzen und bin entspannt. Heißt die Beschäftigung mit sich selbst steht da erstmal im Vordergrund. Genau, eine Lebenskunst für sich entwickeln. Das Leben widerfährt mir nicht, sondern ich kann es gestalten und ich lerne es zu gestalten. Klaus Polm hat uns aus Langen-Enzlingen einen Kommentar geschickt und schreibt über sie, endlich mal jemand, der nicht vorschreibt Gemüse oder Obst zu essen. Ich mag beides nicht und bin trotzdem relativ gesund, fast 82. Ja, wie verhält es sich mit Gemüse und Obst? Also rein wissenschaftlich sind die wichtig wegen den Vitaminen und die werden auch quantifiziert. Aber wie gesagt, die Menschen unterscheiden sich und dieser Mensch ist 82, ist gesund. Das ist sozusagen ein Aushängeschild, eine Schlagzeile, dass wir nicht strikt die Regeln einhalten müssen. Und das strikte Einhalten macht uns auch krank. Wie ist es denn in der Wissenschaft? Es wird ja so häufig gesagt, dass beispielsweise das rote Fleisch so schädigend ist, dass es krebserregend ist und dass man den Konsum dahingehend runterschrauben muss. Also das ist ein Befund der WHO und der ist fast peinlich, weil die statistischen Werte zeigen nur ganz geringe Unterschiede. Also dass rotes Fleisch krankmachend ist, krebsmacht, ist statistisch gesehen totaler Quatsch. Wie kommt man dann zu dieser Erkenntnis? Weil die WHO möchte, es sind ja statistische Werte, aber die Unterschiede zwischen den roten Fleischessern und den nicht roten Fleischessern sind wahnsinnig gering. Spielt praktisch für den Menschen keine Rolle. Die WHO macht damit Politik. Sie will sagen, ihr müsst das und das machen, was wir euch vorschreiben. Genauso macht es auch die DGE, ihr müsst euch ausgewogen ernähren. Das ist sozusagen deren Doktrin, macht das, was wir euch sagen. Woher kommt die Doktrin? Ein staatlicher Auftrag, die deutsche Ernährungswissenschaft wurde gegründet im 19. Jahrhundert. Und der staatliche Auftrag war, macht sozusagen eine gesunde Bevölkerung durch gesunde Ernährung, damit ihr, ihr Soldaten im Krieg erfolgreich kämpfen und sterben könnt. Also heißt das kann man heute, kann jeder auf sich selber achten und kann gucken, was tut mir gut. Heißt aber auch, sich selbst damit zu beschäftigen. Genau. Zu sagen, ich muss eine Sorge um mich haben. Ich kann mich nicht einfach sozusagen neben mich stellen, sondern die Sorge um sich ist die wichtigste Tugend Europas. Und Sokrates ist der wichtigste Philosoph Europas, hat gesagt, egal wie ihr euch sorgt, ihr müsst euch aber sorgen. Und das würde ich gerne übernehmen. Und hier kommen weitere Fragen rein. Gehen wir direkt an aus Emmingen von Fabian Kaiser. Ich bearbeite gerade das Thema Zuckersteuer in einer ausführlichen Arbeit. Wie würden Sie den Zucker und seine Auswirkungen in der Ernährungspsychologie einstufen? Können Sie das so direkt beantworten? Also wir haben einen Feind, das war früher das Fett. Und heute ist der Zucker und der macht uns krank. Und so sind ja auch die Medien, so ist das auch die Wissenschaft. Es gibt dazu leider wenig empirische Evidenz. Es gibt kaum Studien, die belegen, dass Zuckerkonsum krank macht. Das Einzige bei Jugendlichen, so 15 bis 17, das sind Süßgetränke, die sozusagen problematisch sind. Aber alles andere ist sozusagen nicht abgesichert. Ja, kann man doch gerade greifen, die Zähne an und zu viel Zucker. Ich erinnere mich, da in der Kindheit hieß es immer nicht zu viele Süßigkeiten und gleich Zähne. Wir dämonisieren Zucker. Und früher vor 30 war das Fett. Aber wir sollten immer schauen, was ist Dämonisierung und was ist Realität. Wenn wir jetzt gerade beim Zucker waren, wie ist es denn beim Thema Salz? Ich sah neulich eine spannende Arte-Dokumentation. Und ich würze jetzt zum Beispiel gar nicht mit Salz, weil ich denke, Salz ist auch überall genug drin. Und dann fand ich es ganz interessant, dass man dort aber zu dem Schluss kam, dass Salz gar nicht so schlecht ist, wie es ansonsten immer heißt. Also bei dem Thema wird meine Kollegin Anja Kroker, Ernährungsepidemiologin und Ärztin, durchdrehen und sofort an der Decke hängen, weil sie sagt, Menschen sind da völlig unterschiedlich. Es gibt eine Gruppe von Menschen, denen schadet der Salz, erhöht der Salzkonsum. Aber es gibt auch eine Gruppe, wenn sie auf Salz verzichten, schaden sie auch ihrer Gesundheit. Das müssen wir differenziell anschauen. Das lässt sich nicht für alle sagen. Also wieder herausfinden, sich selber auf die Suche machen. Wieder herausfinden, was tut für mich der Zucker. Für mich, Zucker kaum, Salz kaum. Das sind einfach so Dinge, die ich für mich erarbeitet habe. Was haben Sie noch Spannendes über sich selbst herausgefunden? Gab es irgendwas, worüber Sie selber überrascht waren, wie Ihr Körper reagiert? Ich war überrascht. Erstens, dass ich mit Zucker nicht umgehen kann, also mit Kuchen. Und dass ich irgendwann keine Lust mehr auf Fleisch hatte. Das war überhaupt keine, sozusagen rationale Gründe oder ethische Gründe. Sonst hat mir einfach nicht mehr geschmeckt. Ich fand das Fleisch so langweilig. Und ich bin beim Essen ein Snob. Der einzige Ausnahme, wo ich Snob bin. Und wo ich einfach dachte, so was Blödes esse ich nicht. Auch Biofleisch ist langweilig. Und dementsprechend, dann war das weg. Und irgendwann habe ich auch darüber nachgedacht. Und dann kam die Ethik mit rein. Aber zuerst war nur der Geschmack. Das ist ja vielleicht auch der beste Weg. So geht es ja manchen auch beim Rauchen, die dann irgendwann sagen, ja, hat mir einfach nicht mehr geschmeckt. Und die werden dann auch langfristig nicht wieder zur Raucherin oder zum Raucher. Genau. Die sozusagen das für sich entwickeln. Sie haben ein ganz spannendes Projekt gemacht. Und haben in Berlin ein Café eröffnet. Das Diderot. Jetzt guckte ich in der Recherche. Habe es nicht mehr finden können. Ist da Corona schuld? Nee, der Mietertrag ist ausgelaufen. Und dementsprechend ist es vorbei. Und meine Frau hat auch andere Dinge zu tun. Sie war Geschäftsführerin. Das war ein Café, aber auch ein Treffpunkt der ganzen Lebensmittelbranche. Wir finden es furchtbar, wenn sich immer nur die Menschen bekriegen. Die Fleischesser, die Nicht-Fleischesserinnen bekriegen sich. Es wird geschimpft auf die Lebensmittelindustrie. Das waren wir überdrüssig, wo wir dachten, es muss endlich mal eine gemeinsame Diskussion stattfinden. So zum Thema gute, böse Lebensmittelindustrie. Dann war der Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbandes Deutschlands war da. Die Medien waren vertreten. Der Beninenser Natwahrer war vertreten. Und da gab es ein konstruktives Gespräch. Also eben nicht. Slow Food war natürlich auch da. Also eben endlich mal miteinander reden. Und sich nicht immer bekriegen. Weil die Kriege haben wir satt. Was kam denn raus bei diesen Gesprächen? Sind Sie da zu einem Konsens gekommen, was wichtig wäre? Konsens nicht, aber es war eine Annäherung. Es war ein Verstehensprozess. Das ist genau das, was wir vermissen in der ganzen Lebensmitteldiskussion, dass man sich annähert. Also eben wegzukommen von der blöde Fleischesser, die blöde Veganerin, die böse Lebensmittelindustrie, die böse Werbung, sondern einfach sozusagen da vernünftig sich annähern. Beispiel Werbung. Wenn in Deutschland ein Lebensmittelprodukt eingeführt wird, flächendeckend, kostet das sozusagen Werbeaufwand so 30 bis 50 Millionen. Wahnsinn. Und von zehn Produkten, die eingeführt werden, bleibt eins auf dem Markt. Das heißt, die Macht der Lebensmittelindustrie ist relativ gering und die Macht der Konsumenten, Konsumentinnen ist immer unterschätzt. Sollten wir uns mehr mit beschäftigen. Also herzlichen Dank für einen spannenden Besuch in der SWM's Leute, Professor Christoph Klotter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020